1 7 Jaaa Hallo Ich komme Josh Oh, Josh Josh Immer das gleiche mit dem Josh Mit dem Josh Mit dem Josh Okay, zu. Alles klar Ich geh. Tschüss. Auch zu Geht ja da lang Kakerlaken auf dem Boden und komische Durchfallgeräusche Okay Alter Hallo Komisches Zeichen an der Wand Ach, Speicher. Was? Da gibt's nur Speicherpunkte feste, wie bei Resident Evil halt Das ist so Konsolen gleich wieder Wenn man sowas portiert, ja Auf dem PC, da muss man das auch Ach, egal Ich geh mal ne Waffe Wenigstens ein Messer oder sowas Damit ich mich wehren kann Ja, Vorratskisten, toll Nichts von nutzen, nichts von nutzen Huah Tudu Nein, die Sirene, da kommen die Monster Oh, der Film ist auch cooler eigentlich Sein-Tinnel 1 und 2 finde ich Ach, nein Nein Oh, du hast aber schöne Hupen Ah, hoffentlich krieg ich das mit der Steuerung hin, Leute Ah Hilfe Der haut nicht Warte, 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 warte Ah Leute Der macht nix Wieso, warum Welcher Knopf Button 0 Button 0 Button 0 Ah Ne, ohne Spaß, ich muss das schnell belegen Wird die mich verarschen? Ja, Maustaste 1 und 2 Ach, Left Shift muss ich erst Boah, echt jetzt? Huah, huah, huah Huah, ja Huah Ah, ah Ah Oh mein Gott Ah, jetzt ist die voll aggro Come here Hm Ja, wie gewaltverherrlich Oh, die steht wieder auf Ich muss still sein, die steht mitten in der Nacht auf Böse Frau Böse Frau Böse Frau Böse Frau Was? 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 Was der? Warum müssen wir da lang? Hilfe! Hallo! um um aus sich wieder gut aus und so verschwommen und so schön ich war das jetzt mit dem kombo ach ich muss mich gerade hinsetzen das ist ein paar wenn man öfter öfter linke maustaste kombo klar rechte maustaste ist schwere schlag schäden waa waa ohnehin wenn das radio-beräusch kommt es ein gegner in der nähe das kenne ich nur vom ersten teil Ach ja, da hinten dran, ich hab den automatisch anvisiert. Ach ja, komm doch. Ich mach dich kalt. Willi, mach's. Yeah. Oh, zwei. Ah, in die Möpse. Hilfe, oh mein Gott, das Spiel ist so gewaltverherrlichend. Oh mein Gott, das muss man unbedingt zensieren. Zack, zack, Kombo. Au, 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 aua, 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 auf mich näher zu rennen, das macht mich ganz nervös. Alter, das Spiel ist doch schlimm, Hilfe, jetzt freu ich mich, ah, aua, aua, ich denk's besser in mich rein. Hilfe, Hilfe, weißt du, da freu ich mich, dass ich mich im Spiel mal wehren kann und dann ist es trotzdem viel schlimmer ins Spiel, obwohl ich mich nicht wehren kann, also ich finde das schlimmer als Outlast, muss ich ehrlich sagen, man stirbt doch einfach, äh, äh. Ja. Hilfe, Hilfe, oh, ich hab's Sofa getroffen, das ist aus Metall, Metallsofa, zack, 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 zack. Gesundheitstrink. Oh, schmeckt hier gut. Oh man. Alter. Guck mal, was heute in den Fernseher kommt. Wo? Der Fernseher ist nicht angeschlossen, wie ist das nun? Unmöglich, oh mein Gott, was? Da läuft wahrscheinlich mit Solheim, da geht. Das sieht man doch jetzt voll die Sonne. Boah. Boah. Weiter geht's. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe, weil das ist ja, wenn diese Sirena gegen diese komische Welt da, dann ist ja alles verändert. Oh Gott. Ich hör schon wieder Geräusche. Ach, ist gut, wenn man Shift drückt, dann zieht man immer direkt mal jemanden an, wie sie ihn kann. Sie ist nicht da, 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 sie ist nicht da. Nein. Sie ist nicht da, Leute. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, weil sie ist nicht da. Ich muss speichern, ich werde wahnsinnig. Oh Gott, ich bin so fertig. Hab ich jetzt gespeichert? Ja. Boah, wie dunkel. kann ich hier rein? Hilfe. Die sind voll groß. Hilfe. hallo hinter dessen käfer ha 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 lasme los das spiel ist nichts für schwache nerven er ist tot schwer zu sagen das passiert aber ich will hier nicht länger warten und das selbst herausfinden auch wirklich so diese psychomusik jetzt auch noch joshua hat eine Popperoppi der Haas in seinen Rucksack gestopft wir können das bewegen wie cool wow voll eine gute Musik das spiel des warum 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 suche ich mir sowas schon wieder raus ey ich Idiot das ich habe schon mal ein Radio toll WAS ALTER HÜH 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 Cannass Esc Journey HÜH 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 H selfish n w s müssen noch mal platzen oder silikon sollte mal rausrutschen lang sein die sind natürlich aber echt normal die selbe größe jawoll nummer eins stellt euch mal vor ich will das auch schwer jetzt gespielt ich hab's ja auch jetzt abgewährt wie krass die kann abwehren warum kann die abwehren was sind das für schwestern die abwehren können ich will ja nix sagen aber liegt eine hälfte von einem typ ich muss erst mal ins waschbecken reinkotzen so macht mich das fertig hier nervlich kinderzeichnung erhalten toll genau das was ich jetzt brauche wartet mal kurz ich muss was trinken sorry es ist die andere hälfte der leiche von unten wer hat sie nur hergebracht der schlüssel ja ein schlüsseln und jetzt zurück oder was jedes mal wenn man ein item findet ja und man geht zurück in irgendeinem spiel egal welches spiel da kommt immer gegner auf dem rückweg was wir jedes kind also ich meine jeder spieler jeder erwachsene weil das ist ja kein kinderspiel das geräusche er zugekettet ich hab doch den schlüssel hallo ach so muss maxa benutzen die tür ist offen ja dann geht durch bitte und hoffentlich ist diese phase ja bald zu ende ich werde bekloppt das ist ein operationssaal oder was ist ein fäbel beeindruckende erfolge konnten bei den patienten erzielt werden als die elektroschockmaschine so eingestellt wurde dass sie über die anfallschwelle lag die gewalttätigste und deprimierende patienten werden damit völlig fügsam gemacht die einzigen nebenwirkungen waren geringfügig der gedächtnisverlust ein paar ausgeringte knochen ein gebrochenes bein und ein patient der seine zunge abriss dieser vorher war ein netter name effekt da dieser patiente auch einer unserer lautesten war ich habe die ärzte angewiesen bei allen behandlungen mit dieser intensität stufe weiterzumachen schweres wort vor allem um diese uhrzeit ich bin ja wieder mitten in der nacht ne ich bin ja doof Joshua? Oh, fein! Geh's noch! Was machst du hier? Ich will mein Toil! Fürchtest du dich? Was sollen wir antworten? Wie bist du hergekommen? Wie kamst du hier? Jemand hat mich hier gebracht. Sie sagten mir, dass Robby hier war. Das ist das Bild, das wir eingesammelt haben, von dem Hasen. Sie leiden. Sie leiden. Ist es etwas, was ich tun kann? Gut, Robby. Ich will mein Toil. Ich habe keine Toilie gesehen. Ich glaube, du bist nicht mein Freund. Doch. Okay, ich will sehen, ob ich ihn finden kann. Tiss, bin ich dein Freund? Hallo? Ich habe keine Toilie gesehen. Ich habe keine Toilie gesehen. Denn bei 받아 cleveren Untertitelung des ZDF für funk, 2017